Wir sind hier in Saarlouis beim Frauenlauf und ich mache mit, weil ich Spaß haben will, weil es cool ist, weil keine Männer dabei sind, weil wir einfach Fun haben wollen. Ja, zum einen, damit man vielleicht nochmal ein bisschen den Speck los wird und natürlich, um die Mädels zu unterstützen. Weil die Spaß macht und nur unter Frauen ist. Ja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020